Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zum dritten Teil der Most Wunderliste 2020. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vielen Dank natürlich an der Stelle für das Feedback bisher auf die ersten beiden Folgen. Gerne weiter supporten, gerne weiterhin kommentieren, bewerten nicht vergessen. Eure Meinung in die Kommentare, eure Listen in die Kommentare. Führt die gerne weiter. Und bevor wir jetzt durchstarten mit Platz 24, 23, 22, kurz eine Sache, kleiner Hinweis, folgt mal auf Instagram. Checkt auch meinen Partner Instant Gaming ab, da läuft immer noch ein Gewinnspiel und da sind auf jeden Fall, Freunde, da sind noch nicht so viele diesmal dabei. Also ihr habt eine Chance, ein Spiel eurer Wahl zu gewinnen. Und auch eine sehr schöne Sache, am 20. Dezember um 18 Uhr werde ich auf Twitch streamen, denn dort wird mein Dasein als der Saubes gefeiert. Seit neun Jahren, am 20. Dezember, vor neun Jahren, habe ich das erste YouTube-Video hochgeladen und seitdem bin ich im Internet bekannt als der krasse Typ. Ne, würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und dabei seid. Ansonsten, Freunde, ich glaube, ich habe am letzten Mal zu viele, zu krasse Tipps gegeben. Also ich glaube, jedes Spiel wird erraten. Ich muss das beim nächsten Mal am Ende nochmal ein bisschen weniger machen. Weniger stark machen, auf jeden Fall. Ja, Freunde, bisher hatten wir ein paar coole Games. Wir fangen jetzt an mit Platz 24. Und Platz 24 ist so ein Ding, so ein Spiel, das glaube ich schon seit zwei Jahren in den Most Wanted Listen herumschwirrt, beziehungsweise herumfährt auf dem Wasser. Skull & Bones, Platz 24 ist bei mir Skull & Bones von Ubisoft. Ob das jetzt langsamer kommen wird oder nicht, wir werden es vielleicht nie erleben. Also gefühlt begleitet uns das Spiel ja jetzt schon mindestens zwei Jahre, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sogar auch mit Gameplay und so. Die haben ja recht frühzeitig Gameplay gezeigt zu Skull & Bones, für die Leute, die vielleicht das schon vergessen haben, das Spiel. Es wurde damals so ein bisschen gesagt, boah, krass, okay, die Seeschlachten von Assassin's Creed 4 haben sie jetzt als eigenständiges Spiel gemacht. Denn war, glaube ich, war das jetzt letztes Jahr E3, also 2018, wo die nochmal ein ausgiebiges Gameplay gezeigt haben, wo du dann gesehen hast, was du auch alles machen kannst, dass du dein Schiff schön bearbeiten kannst, dass du bis in die kleinsten Details dein Schiff bearbeiten kannst. Zum Beispiel das, wie heißt denn das eigentlich? Das Steuerrad, glaube ich, das Bug, die Front, die Segel, die Gallionsfiguren und so weiter. Dass du wirklich jedes kleine Detail verändern kannst in dem Schiff, das natürlich verbessern kannst, aufbauen kannst, verstärken kannst. Neue Panzerungen, neue Waffen, neue Kanonen. Also, dass sie halt dieses Gameplay in Sachen Schiff, Schlachten, Multiplayermäßig, dass sie das halt ausbauen. Dass du auch natürlich deine Crew anpassen kannst und so weiter und so fort. Dass du halt mit deinem Schiff unterwegs bist als Kapitän und das nämlich natürlich dann zu deinem besten Freund machen, zu deiner Geliebten quasi. Und dich gut um sie kümmerst, ja, um dein Schiff. Das sah alles ganz gut aus. Und allerdings, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann es ursprünglich angekündigt wurde. Wurde es 2017 ursprünglich angekündigt oder sogar 2016? Ich weiß nicht, wann es kommt, Freunde. Man ist jetzt auch schon wieder... What the fuck, Alter, warum hämmert mein Nachbar auf der Heizung? Habt ihr das gehört? Ist auch geil. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 2020 mal langsam rauskommt. Es wird ja langsamer Zeit für die aktuelle Konsolengeneration. Allerdings wurde es jetzt schon so oft verschoben, beziehungsweise nie so richtig angekündigt mit dem Release-Datum. Dann ja die Sache, wie einige von euch ja mitbekommen haben, Ubisoft will sich ja jetzt noch ein bisschen besser um seine Spiele kümmern, weil die dieses Jahr halt auch komplett reingeschissen haben, meiner Meinung nach. 2019 war kein gutes Ubisoft-Jahr, fand ich. Und da haben sie ja selber gesagt, alles klar, ey, wir geben es zu. Breakpoint und so und Division lief nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch qualitativ. Wir müssen unsere Spiele verschieben, weil wir qualitativ halt wieder zurückschlagen wollen. Also in dem Sinne uns bessern wollen. Wahrscheinlich, weil sie sagen, es betrifft alle Spiele, betrifft es natürlich auch Skull & Bones. Aber wie gesagt, so langsam müsste es ja rauskommen. Also vielleicht kommt es im zweiten Quartal kurz vor den neuen Konsolen langsam mal raus. Ich hätte Bock drauf. Naja. So, genug gequatscht zu Skull & Bones. Ich finde es ganz cool. Ich finde es ganz interessant, was man so gesehen hat. Und würde mich schon wünschen, wenn es in guter Qualität natürlich rauskommt. Platz 23 ist bei mir, und auch der Tipp war zu krass, obwohl es doch schon so ein kleines Spiel ist, aktuell noch. Grounded. Grounded ist bei mir Platz 23. Für die Leute, die jetzt nicht mitbekommen haben, was es jetzt für ein Spiel ist. Zum einen ist es von Obsidian Entertainment. Die haben jetzt Outdoor Worlds gemacht. Die wurden ja von Microsoft gekauft. Und machen ja jetzt Exklusivspiele für Microsoft. Das Spiel kommt natürlich auch für den PC, wie jedes Microsoft-Spiel, aber dann auch für die Xbox One. Und ihr seht es schon. Es hat so ein bisschen Hilfe. Ich habe meine... Wie ist es? Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft. Wie hieß der Film? Mann, ey. Also dieses schrumpfende Kinder müssen überleben. Und wenn du natürlich geschrumpft bist und im Gras überleben musst, sind natürlich Ameisen, Spinnen, Fliegen, Insekten allgemein, Würmer usw. Riesengroß. Und es wird in dem Sinne, sieht es zumindest so aus, so ein typisches Survival-Game, wo du natürlich im Multiplayer mit deinen Leuten zusammenarbeiten musst. Allerdings in einem coolen Setting. Ich habe das Setting sehr, sehr gemocht. Also schon immer. Auch in den Filmen. Wie gesagt, wie hieß das nochmal? Hilfe, Schatz, ich habe die Kinder... Ihr wisst schon, was ich meine. Oder halt auch mein Tipp, so ein bisschen das große Krabbeln. So diese Welt, diese kleine Welt oder diese große Welt im kleinen Maßstab. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Ant-Man-Style und so. Vielleicht gibt es da ein paar Easter Eggs und so weiter. Das wäre ganz cool. Und wie gesagt, die Obsidian-Leute, die sind sehr gut. Es wird ein Exklusivtitel für Xbox, für den PC, für Microsoft allgemein einfach. Und die brauchen Exklusivtitel. Wie gesagt, die haben diese Konsolengeneration komplett reingeschissen. Sehr wenig rausgebracht. Sehr viel auch Mittelmaß und so. Und mit Obsidian Entertainment zum Beispiel haben sie sich echt ein richtig gutes Studio geholt. Und das wird jetzt so ein kleines Spiel. Und ich denke mal, danach geht es dann an die großen Games für die neuen Konsolen. Und auch die, Alter, ich habe keine Ahnung, was die machen könnten. Gears of War-Rollenspiel oder Halo-Rollenspiel. Oder wenn die ein Fable-Rollenspiel machen würden. Mann, ey, ich würde es feiern. Obwohl es ja auch im Gerücht ist, dass die Forza Horizon-Macher ein Fable-Rollenspiel machen. Oder ein Open-World-Rollenspiel. Also Microsoft muss abliefern. Die sagen ja auch, alles klar, ey, wir müssen endlich mal mehr rausbringen. Ich hoffe, sie halten sich auch dran. Und Drowned sieht aus wie ein kleiner, süßer Survival-Titel in einem coolen Setting. Ich glaube, es wird jetzt keine Bäume ausreißen. Oder Grashalme ausreißen. Aber, ey, das ist sowieso im Game Pass drinnen. Beziehungsweise, obwohl ich kriege ja von Microsoft eigentlich immer einen ganz guten Support. Also würde ich das Spiel auch so bekommen. Vielen Dank nochmal an der Stelle übrigens. Einer der wirklich korrektesten Publisher. Aber, wie gesagt, die müssen halt abliefern. Also, sag ich auch ganz ehrlich, die müssen abliefern. Die müssen abliefern. Und gutes Studio. Coole Idee. Survival-Spiel habe ich in den letzten Jahren nicht zu viele gespielt. Deswegen habe ich da noch Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht haben ja von euch Leute wirklich Forest, Ark und Rust. Und hast nicht gesehen, alles gezockt. Das habe ich ja alles nicht gezockt, außer Forest. Deswegen, ich habe noch Bock auf Survival-Games. Und, ja, sieht bisher ganz cool aus. Das nächste Spiel auf Platz 22 ist auch ein Microsoft-Titel. Und auch da war der Tipp einfach zu krass. Gears Tactics ist bei mir Platz 22. Ich liebe die Gears of War-Reihe. Ich liebe die Gears of War-Reihe. Seit sie 2006 rausgekommen ist, liebe ich diese Reihe. Ich habe jeden Teil gespielt. Ich habe jeden Teil auch mehrfach im Singleplayer gespielt. Außer bisher Judgment und den fünften Teil. Aber ansonsten habe ich jeden Teil mindestens zwei, dreimal durchgezockt. Allein auf den verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Und ich liebe die Reihe. Auch hier haben wir das Problem. Ja, es ist irgendwie noch nichts zurückgekommen zu dem alten Glanz, die Gears of War ausgemacht hat, auch der 360. Und jetzt kommt halt ein Gears Tactics-Spiel. Und das hat so einen XCOM-Vibe. Und ich muss sagen, XCOM war so einer der wenigen Spiele, die ich in den letzten Jahren privat gezockt habe. Ich habe es zwar auch mal angesockt vor sehr, sehr vielen Jahren auf YouTube, aber privat habe ich es dann tatsächlich noch mal auch gar nicht so lange. Ich glaube, Anfang diesen Jahres habe ich das tatsächlich noch mal auf dem PC durchgezockt. Den ersten XCOM-Teil hatte mir auch schon den zweiten gekauft, aber auch den noch nicht mal ausgepackt. Alter, wie viele Spiele ich mir gekauft habe oder bekommen habe, die ich nicht mal ausgepackt habe. Oh Gott. Ja, und jetzt, wie gesagt, es wirkt sehr XCOM-mäßig, wie das neue XCOM mit der Gears of War-Lizenz. Und ich sage mal so, der Rollenspiel, äh, Rollenspiel sag ich schon, der Strategie-Ausflug in die Halo Wars-Serie hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen. Und wenn du jetzt Gears Tactics mit den alten Klassen in dem Setting rausbringst und es steuert sich ähnlich wie XCOM, beziehungsweise dass du auch deine Sachen erforschen kannst, dass du auf deine Teammitglieder aufpassen musst, dass du sie aufleveln kannst, ausrüsten kannst, dass du deine Base ausbauen kannst und so weiter. Wenn wir das so ähnlich machen wie XCOM nur mit der Gears of War-Lizenz, könnte es für mich ein richtig geiles Highlight werden. Weil, wie gesagt, XCOM Enemy Unknown, was ja vor ein paar Jahren rauskam, hat mir richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob der zweite Teil vielleicht sogar noch besser ist. Und wie gesagt, ich liebe die Gears-Reihe. Mit dem Taktik-Aspekt mega Bock. Ich hatte echt Bock drauf. Ich hoffe, die machen es cool. Und auch das wiederum wird wahrscheinlich kein 90er-Titel werden oder sowas. Es wird ein cooles kleines Game sein für Microsoft. Und wie gesagt, so was brauchen die, ja? So was brauchen die. Sie brauchen es. Sie brauchen natürlich auch die Urüberkracher, die großen, großen Titel. Und die wird es Spoiler-Alarm natürlich auch in dieser Liste geben, Freunde. Ihr könnt euch ja vielleicht denken, was ich so meine. Gut, das war's. Meine Tipps fürs nächste Mal. Ein weiteres Survival-Game. Eine große Saga in einem Spiel. Und es wird psychisch anspruchsvoll, aber auch humorvoll. Psychisch. Psycho. Vielleicht kommt ihr drauf. Man könnte drauf kommen auf die Titel. Ey, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Gerne eure Meinung in die Kommentare, wie immer. Wie gesagt, wir werden auch nicht vergessen. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Twitter, Instagram und wie gesagt, auch mein Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Macht auf jeden Fall immer Bock, da mit euch zu labern, zu zocken. Und das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob die Tipps jetzt auch zu krass waren. Wir hören uns. Haut rein! Wie gesagt. Wie gesagt.